Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Pump, Dump und 32.000 für den Bitcoin-Preis. Was halten Sie davon? Wir zeigen unsere Szenarien. Wir haben ein klares Threading-Setup dabei. Unbedingt bis zum Ende dranbleiben, wie immer alles nach dem Intro. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, wir starten direkt los. UF30. Und bevor wir den UF30 analysieren, wir haben jetzt ein ganz klares Szenario. Das wird einer der wichtigsten Videos heute. Ganz klares Szenario. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende dran. Lassen Sie dem Video gerne einen Like da. Herzlichen Dank. Und wir starten direkt los. Wir zeigen Ihnen wieder ein paar Insights und das 100%ige unserer Meinung nach Trading-Setup für die nächsten Tage, wo viele wieder massive Panik am Markt haben. Wir zeigen unser Trading-Setup und gehen direkt mal zu BitGat. Bei BitGat sehen Sie entsprechend unser Trading-Setup. Das machen wir normalerweise nicht. Wir geben ausnahmsweise mal einen Einblick in unser Trading-Setup. Für alle, die Interesse haben, in unserer RSFM-Crypto-Trading-Gruppe. Unterhalb der Videobeschreibung finden Sie die exklusive Patreon-Gruppe. Dort können Sie mit uns arbeiten und Sie sehen entsprechend, während alle mit den Bären kämpfen, sind wir long und haben uns bereits positioniert. Sie sehen es hier unten. Wir sind ca. 10 Bitcoins an Volumen long. Und in diesem Bereich werden wir ein, ja ca. 30.700 werden wir Profite nehmen. Das heißt, das ist unser Trade. Wie funktioniert jetzt nun die FED? Wie funktioniert das Ganze? Und wie können wir überhaupt so etwas behaupten? Schauen Sie sich dieses Szenario an. Wir zeigen Ihnen jetzt unser Szenario. Das haben wir auch in unserer RSFM-Telegram-Gruppe kommuniziert. Und ganz, ganz wichtig, wenn Ihnen das gefällt, wie gesagt, kommen Sie gerne bei uns vorbei. Und unterhalb der Videobeschreibung finden Sie den BitGad-Link. Wir zeigen unser Szenario. Wir erwarten in Kürze den Ausbruch in den Bereich der 29.500 bis 29.600. Das wird ca. bis morgen, wird der Kurs hier entsprechend stehen. Und wenn dann das Meeting kommt, entweder morgen oder übermorgen das Meeting, dann wird es einen brachialen, schnellen Dump geben in die Box zwischen 29.000 und 29.223. Und von dort wird es dann wieder ein wahnsinniges Gezug gegeben. Alle haben wieder Riesenpanik und es ist eine riesenrote Kerze. Diese rote Kerze gilt es zu kaufen. Unsere persönliche Meinung, wie immer, no financial advice. Das ist nichts anderes als hier ein Retest. Und nach diesem Retest folgt die Welle 3 in die Zielbox. Sehr, sehr schnell und massiv 30.130 bis 30.298. Danach sehen wir einen kürzen Abverkauf in diese Bereiche von 29.700 bis 29.900. Und dann kommen wir in die finale Zielbox, wo wir unsere Profite nehmen. Sie sehen es bereits. Take Profit Close Long 30.700. Und das ist unser Trading Setup, unser Szenario. Und ja, wie gesagt, wenn Sie so etwas traden möchten, wenn wir analysieren, Detailanalysen geben, täglich unsere Videos, kommen Sie gerne in unsere Patreon-Gruppe, sind Sie jederzeit herzlich willkommen. Unser Setup, unser Trading Setup, Bitcoin, diese Woche fett. Und nicht nur Panik und Jerome Powell auf der 1-Minuten-Kerze, sondern hier haben Sie ein klares Trading Setup. So kann man die Woche planen, so kann man die Woche arbeiten. Und das ist unser Anspruch. Wie gesagt, normalerweise machen wir das nicht. Wir möchten aber Ihnen gerne auch mal einen Einblick schenken, wie das bei uns in der Telegram-Gruppe aussieht. Dann gehen wir direkt weiter. Was macht unser UF30 aktuell? Wir haben nun ein ganz klares Setup. Auch das möchten wir Ihnen zeigen. Wir haben hier das Ascending Triangle. Wir haben nun den Ausbruch gesehen. Wir haben hier neue lokale Hochs. Und wir erwarten in Kürze einen Push in die Region zwischen 36.000 und 36.500. Von dort erwarten wir einen Abverkauf. Das wird dann der Retest sein in die Box zwischen 34.300 etwa. Und von dort geht es dann in den Bereich der 41.000 bis 42.000er Marke. Dort wird es nochmal einen kurzen Abverkauf geben. Und dann haben wir die finale Zielbox bei 47.000 bis 48.000. Achtung, ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, absolut wichtiges Video. Teilen Sie das gerne mit Ihren Freunden. Denn das ist absolut relevant. Im Bereich der 47.000 und 48.000, wenn der Dow Jones dort steht, wird es einen massiven Crash geben. Entweder es ist eine verzögerte Rezession, oder es passiert wieder irgendwo auf der Welt irgendwas und die Märkte werden massiv dumpen. Merken Sie sich dieses Ziellevel, unsere persönliche Meinung. Und wie gesagt, teilen Sie es gerne mit Ihren Freunden, denn es ist absolut wichtig. Sie können das jetzt glauben oder nicht. Sie werden es sehen. Und dann gibt es irgendwo auf der Welt passiert wieder was und dann haben wir ein Black Swan Event oder sonst irgendwas. In diesen Bereichen bitte genauer hinschauen. Und das erste Mal hinschauen im Bereich der 41.000 bis 42.000er Marke. Unsere persönliche Meinung, sollte der Kurs 47.000 erreichen, werden wir genau hinschauen, wo wir Profite nehmen, wo wir noch im Markt bleiben oder nicht. Denn dann werden wir das Kapital rausnehmen und unten wieder nachkaufen. Absolut wichtiger Tipp. Geben wir Ihnen sehr, sehr gerne mit an dieser Stelle. Dann schauen wir den US-Dollar-Tether an. Wir haben heute ein ganz klares Szenario. Unsere RSFM-Crypto-Trading-Telegram-Gruppe gehabt. Wir haben die ABC heute entsprechend aufgerufen, nachdem viele dachten, es wird final abverkauft. Wir waren long positioniert und, ganz wichtig, möchten wir auch mal kurz zeigen, wir haben hier ein kleines Szenario vorbereitet, was wir heute in der Telegram-Gruppe kommuniziert haben. Das heißt, wir haben heute, Sie sehen es, links auf der Seite ein Bitcoin-Chart, rechts an der Seite ein US-Dollar-Tether-Chart und haben geschrieben Bitcoin vs. US-Dollar-Tether. Sollten wir beim US-Dollar-Tether-Dominance die Trendline nach oben nicht brechen, befinden wir uns mindestens in einer C, was einen schnellen Drop des US-Dollar-Tethers mit sich bringt und BCC steigen lassen sollte. Schauen wir, ob die Trendlinie hält oder bricht. Stop-Loss nicht vergessen. Und was haben wir danach gesehen? Wir haben danach einen sehr schönen Abverkauf gesehen im US-Dollar-Tether und einen schönen Push entsprechend im Bitcoin-Preis. Viele Indikatoren, ganz, ganz wichtig, auf dem Schirm zu behalten, auch wenn das ganze Thema Trading interessiert. Wir geben immer wieder Learning und Wissenstransfer täglich, wöchentlich, wie auch immer mit. Wenn wir es entsprechend empfinden, gibt es immer Learning und Wissenstransfer und bei uns ist es wichtig, wir lernen Step by Step auch immer miteinander. Wir haben eine tolle Community und wie gesagt, wenn Sie sich angesprochen fühlen, Sie sind herzlich willkommen. Gehen wir direkt weiter. Nun, wie geht es weiter? Wir haben Ethereum-Bitcoin-Tradings-Währungs-Paar dabei. Hier haben wir ein ganz klares Szenario. Wir erwarten hier einen massiven Push, was sowohl den Ethereum-Preis als auch den gesamten Altcoin-Sektor beflügeln sollte. Unsere persönliche Meinung und das sollte nicht mehr lange dauern. Würde dann auch zu unserem Trading-Szenario, zu Bitcoin zusammenpassen. Wir zeigen Ihnen nun das Long-Szenario, was wir präferieren. Sie haben es gesehen, wir sind Long und dann natürlich auch das bärische Szenario. Gehen wir direkt mal auf das erste Szenario. Das ist unsere persönliche Meinung. Bitcoin-Megaphone. Das bedeutet, wir haben hier einen massiven Ausbruch in dem Bereich der 32.000 und im Normalfall, im Best Case, sogar hier noch etwas überschießen und dann kommen wir hier final auf die 35.000. Unsere persönliche Meinung aktuell. Wie gesagt, wir sind jetzt hier unten eingestiegen. Das ist unsere persönliche Meinung und unser Long-Setup. Dann schauen wir direkt weiter. Gehen wir zu Bitcoin. Das bärische Szenario. Das bärische Szenario sieht, wie folgt hier einen Abverkauf vor in den Bereich der 27.000 und von dort haben wir dann weitere Anstiege. Ganz, ganz wichtig, beide Szenarien sind intakt, beide Szenarien sind valide, nur wir haben uns für eins entschieden und wie gesagt, das traden wir dann auch. Gehen wir direkt weiter. XRP, wie sieht es bei XRP aus? Auch hier haben wir jetzt ein klares Bild gesehen heute und eine klare Meinung. Wir werden Ihnen jetzt im Detail kurz nochmal zeigen, was wir präferieren. Wir werden nun mit dem Tagesschluss heute entsprechend die Möglichkeit sehen, das Ganze zu einem Primär- und Sekundär-Szenario auszudehnen. Das heißt, aktuell muss man ganz klar sagen, und das zeigen wir Ihnen auch gleich, sollte der direkte Ausbruch entsprechend primär folgen und wir nicht nochmal solche tiefe Kürze sehen. Wir haben auch XRP aufgestockt. Herzlich willkommen, liebe XRP-Community. Wir sind nun auch XRP-Halter und auch an dieser Stelle haben wir den Bereich, Sie sehen es, von 69,074 Cent. Das ist fast auf einen Millimeter. Ganz, ganz wichtig, Tagesclose überhalb dieser Line bringt den Ausbruch und Tagesclose darunter könnte den Verfall nochmal bringen. Einfach, dass Sie eine ganz klare Zahl haben, ganz klar, wo geht die Reise hin und wo kann man entsprechend sich vorbereiten, ob wir nochmal tiefer gehen oder direkt ausbrechen. Wir stehen jetzt genau an diesem Haltepunkt. Das ist unserer Meinung nach ein Top-Einstieg, denn wie gesagt, geht es tiefer, kann man gerne nochmal aufstocken, aber wenn nicht, ist das die Unterkante von dem nächsten Ausbruch für XRP und das wollten wir Ihnen sehr gerne mitgeben und Ihnen natürlich selbstverständlich auch teilhaben lassen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie gerne einen Like da. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß in der Woche. Haben Sie keine Angst. Sie sind nun vorbereitet. Bis dahin. Tschüss, ciao. Danke sehr.